Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Video einen massiven Spoiler enthält. Sollten Sie die Geschichte selbst erleben wollen, ohne das Ende zu kennen, so müssen Sie nun das Video beenden bzw. das Fenster schließen. Die Prophezeiung meines Großvaters hat sich erfüllt. Das Vermächtnis meiner Mutter ist vollzogen. Ich kann nicht erklären, was jetzt geschieht, Champion. Doch ich möchte es mit dir teilen. Mit euch allen. んだel Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018